Jetzt Eckberg wurde heute ein ganz besonderer Geburtstag gefeiert, nämlich der 100. von Stefanie Trummer vom Buschenschank Neckrep. Ja, aber sie schauen ja aus wie 80. Wie machen sie denn das? Ihr müsst viel Wein trinken. Weißen oder roten? Mehr roten. Sechs Töchter, 14 Enkelkinder, 20 Urenkerl und zwei Ururenkerl haben gemeinsam mit der großen Verwandtschaft den ganz speziellen Geburtstag gefeiert. Leicht hatte es Frau Trummer nicht. Der erste Mann verunglückte, als sie zur dritten Tochter schwanger war. Der zweite Mann wurde im Krieg gefangen genommen und von der kleinen Selbstversorgerlandwirtschaft hat sie sich ein Familienweingut mit Buschenschank erarbeitet. Arbeiten und arbeiten und ein bisschen trinken dazu und das hält dich da ein bisschen aufrecht. Dass sie nicht mehr arbeiten und zupacken kann, das tut Frau Trummer richtig leid. Zeit und Lesen habe ich schon gern. Was lesen Sie denn gern? Horoskop? Ja, täpst mich auch immer. Für sie war es immer das Schönste, wenn die Kinder gesund waren und sie Zeit mit ihnen verbringen durfte. Auch die Urenkel wissen die Zeit mit der erfahrenen Dame zu schätzen. Dass sie so weich ist. Weich? Ja. Die Haut? Ja. Kuschelst du gern mit ihr? Ja. Das Rezept, warum die 100-Jährige noch immer so gut ausschaut und so fit ist, hat sie uns verraten. Ihr gut leben wird viel saufen. Das natürlich mit Augenzwinkern. Auch wir wünschen alles Gute. Mit Eckberg wurde heute ein ganz besonderer Geburtstag gefeiert, nämlich der 100. von Stefanie Trummer vom Buschenschank Neckrep. Ja, aber sie schauen ja aus wie 80. Wie machen sie denn das? Ihr müsst viel Wein trinken. Weißen oder roten? Mehr roten. Sechs Töchter, 14 Enkelkinder, 20 Urenkel und zwei Urenkel haben gemeinsam mit der großen Verwandtschaft den ganz speziellen Geburtstag gefeiert. Leicht hatte es Frau Trummer nicht. Der erste Mann verunglückte, als sie zur dritten Tochter schwanger war. Der zweite Mann wurde im Krieg gefangen genommen. Und von der kleinen Selbstversorgerlandwirtschaft hat sie sich ein Familienweingut mit Buschenschank erarbeitet. Arbeiten und arbeiten und ein bisschen trinken dazu. Und das hält ja da ein bisschen aufrecht. Dass sie nicht mehr arbeiten und zupacken kann, das tut Frau Trummer richtig leid. Aber sie nimmt noch immer Regenanteil am Leben. Zeit und Lesen nicht mehr schütteln. Was lesen Sie denn gern? Horoskop? Ja, tatsächlich auch. Für sie war es immer das Schönste, wenn die Kinder gesund waren und sie Zeit mit ihnen verbringen durfte. Auch die Urenkel wissen die Zeit mit der erfahrenen Dame zu schätzen. Dass sie so weich ist. Weich? Ja. Die Haut? Ja. Kuschelst du gern mit ihr? Ja. Das Rezept, warum die 100-Jährige noch immer so gut ausschaut und so fit ist, hat sie uns verraten. Wie gut leid mit Füßen auf. Das natürlich mit Augenzwinkern. Auch wir wünschen alles Gute.